Hallo und seid ganz herzlich willkommen, meine Lieben, auf meinem Kanal der Sachsenbauer. Wir spielen natürlich wieder Landwirtschaftssimulator 2019 und sind im schönen Schleswig-Holstein auf der Gemeinde Rade heute. Ja, wie ihr seht, wir haben den ersten Wintertag. Es ist auch recht kalt draußen, minus 5 Grad. Und ja, es ist Viertel nach neun und doch recht duster, wie es halt im Winter so ist. Ich war jetzt gerade noch dabei, hier ein bisschen vorzubereiten. Ich will natürlich die Zeit nutzen, im Winter meine Technik in Schuss zu halten. Soll heißen, da muss auch der Trecker mal ausgesaugt werden und ja, überhaupt dann mal die ganze Technik gewartet, abgeschmiert und und und. Das wollen wir heute dann später machen, auf jeden Fall. Dann lasst man hier noch das Tor auf. Als erstes werde ich mal noch hier den John Deere und den Grober oder beziehungsweise die Scheibenecke ordentlich sauber machen. Das ist ja noch vom letzten Auftrag, wo wir ein Feld gegrubbert haben, habe ich den dann einfach, weil es bis in die Nacht reinging, hier hingestellt und bin schlafen gegangen, weil ich einfach platt war. So, das Ding werden wir jetzt waschen, kurz. Oder gründlich. Naja, wir machen es gründlich, sagen wir mal. Und den stellen wir dann in die Werkstatt rein. Als nächstes sind dann auf jeden Fall erst mal die Tiere dran. Die Kühe müssen wir sauber machen, müssen, glaube ich, auch Mischrationen mal anrühren, hätte ich jetzt beinahe gesagt, anmischen im Futtermischer. Ja, und Wasser und so weiter und so fort. Ja, es folgen jetzt auf jeden Fall sechs lange Wintertage, wo ich sehen will, ja, was machen wir da am besten? So viele Tiere habe ich nicht zu versorgen. Ich habe auf jeden Fall meine Ernte will ich verkaufen. Und ja, mal gucken, ob es noch was an Aufträgen gibt oder so. Könnte ja noch sein, bis der Schnee kommt. Mal gucken. So. Der geht jetzt auf jeden Fall erst mal in die Werkstatt rein. Das ist der erste, der hier gründlich gepflegt und gewartet wird. Und die anderen kommen dann so php hinterher. so. So. Gut. Würde ich sagen, lassen wir einstweilen hier stehen. Machen wir das Licht aus. Tor zu. Wenn es jetzt so kalt ist, muss man natürlich immer darauf achten, dass wir Tür und Tor geschlossen halten. Und jetzt nehmen wir uns den kleinen Johnny und gehen mal die Tiere versorgen. hier ist ja soweit Ordnung. Das habe ich eigentlich noch versucht jetzt, den letzten Herbsttag hier ein bisschen Ordnung zu halten. Mal sehen, ob mir das so weiterhin noch gelingt. als erstes werden wir uns mal die Schaufel nehmen und den Kuhstall sauber machen. Und die Schaufel ist aber am anderen Frontlader dran. Deswegen werde ich den jetzt mal hier daneben stellen, dass ich hier nicht so viel hin und her wechseln muss. Und der zittert schon wieder munter vor sich hin. Und der zittert schon wieder munter vor sich hin. Mist haben sie ja schon ganz schön produziert. Ich habe denen ja jetzt noch Stroh mitgegeben, weil ich ja irgendwo Sorge habe, dass die Gesundheit mir bis zum Frühjahr sonst nicht bei 100% ist. Die sind jetzt glaube ich bei 75%. Ähm, ja. Deswegen habe ich mich dann doch entschieden, da noch Stroh rein zu machen. So. Hier muss man auch noch aufmachen. Wenn es denn geht. Was ist denn jetzt hier los? Tor geht nicht auf. Jetzt. Wo schon eingefroren oder was? so viel Dreck ist es eigentlich gar nicht. Aber egal. Jetzt ist denke ich, äh, Sauberkeit und Hygiene, gerade im Winter, wenn sie dann vielleicht nicht mehr rauskommen, äh, sehr, sehr wichtig. Apropos rauskommen, bin ich mal gespannt, äh, ob die dann, wenn Schnee liegt, trotzdem raus auf die Weide gehen. da keinerlei Ahnung, wie das so sein wird. Noch sind sie ja draußen, noch finden sie anscheinend auch Gras. Ja, wird auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte werden, denke ich. So, die Schaufel kommt jetzt hier rein, den anderen Frontlader werde ich auch noch reinräumen, weil wenn es doch über Nacht dann mal einschneit, äh, muss das Zeug unter Dach und Fach sein. So, jetzt müssen wir uns erst mal den Futter-Mischwagen holen, da sollte noch, genau, da hinten sehe ich ihn schon, rausgucken, am Stall stehen. Da steht er zwar überdacht, aber, hm, ich denke, im Winterhalbjahr werde ich den auch irgendwo in die Halle stellen, nicht, dass das Ding mir anfängt zu rosten. Ich kann hier erst mal schauen, ob noch was drin ist. Boah, komme ich hier nie vorbei, oder was? Mann. So, da haben wir noch ein bisschen Stroh drin. Ich war der Meinung, Stroh könnten sie auch was vertragen. Jo, jetzt nicht viel, aber dann kippen wir das doch gleich mal noch mit rein. Den blöden Anhänger hier, den muss ich auch woanders hinstellen. Den habe ich so clever hier hingestellt, ist einfach immer nur im Weg, das Ding. so, wie war denn das jetzt hier mit dem Strohtrigger? Waren jetzt schon alle Weile nicht mehr auf der Rade? Das habe ich schon fast vergessen. Ich glaube, der ist am anderen, in dem anderen Gang. Na gut, dann müssen wir einfach mal eine Runde fahren. Nützt ja nichts. Drehen bei der Gelegenheit gleich mal hier das Wasser mit auf. So, und schon wieder ist der Anhänger am Weg. Super. Hm. So viele Tore in dem Stall hier. Ich komme gar nicht so richtig klar damit. Jetzt müssen wir den irgendwie hier reindrücken. Das wird wahrscheinlich in dem Winkel, hm, schwierig. Irgendeiner hatte mir auch letztens noch in den Kommentaren geschrieben, dass es doch irgendwo mit den Ballen abladen geht. Wahrscheinlich weiter hinten. Ich muss mir da die Trigger-Symbole noch mal einschalten dafür. so, hier war das doch meiner Meinung nach mit dem Strom. Oder liege ich hier komplett verkehrt? Ach, Mann, 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 Mann. Lange nicht auf der Rade gewesen. Einmal Stroh eingestreut und ich habe es mir nicht gemerkt. Nee. Nee, hier ist es nicht. Dann ist es doch nebenan da, wo das Stroh liegt, wo es eigentlich wo hinkommt. Ach, Mann, Mann. Sachsenbauer. Also, man kann auch eine halbe Folge damit verbringen, hier irgendwelche Tore hin und her zu schieben. Um endlich mal die, was waren es, reichlich 1000 Liter Stroh loszuwerden. Also, ich merke da schon ganz deutlich, ich muss wieder mehr auf der Rade spielen. Habe ich mir sowieso für die nächste Saison absolut vorgenommen. Da werden Felder gekauft, wenn möglich. Und dann wollen wir hier noch ein bisschen viel mehr Gas geben. Boah, was ist denn nun? Kriegen wir es heute noch hin? Kriegt das Stroh hier nicht los? Mein Gott. Der Futtermescher ist angewählt, das muss doch gehen. Abkippseite. Rechts. Manchmal ist es ganz einfach. Man darf es nur nicht so kompliziert machen. Okay. Der lange Wert wird gut. So, nehmen wir das Ding mit hier rein. Das ist vielleicht ganz gut so. So. Alter, hier hinten stehen doch auch noch Heuballen. Die werden wir gleich erstmal als erstes nehmen. Upp. Boah. Super. Das wird sowieso nicht gut gehen, wie ich mich kenne. oder? Geht's doch gut? Ne. Natürlich nicht. und den müssen wir erstmal runterspeisen und nochmal neu anpieksen. kommen noch ein Stück rum, Junge. So. Jetzt darfst du gerne liegen bleiben. da. Okay. Damit haben wir zwei Heu. Jetzt brauchen wir noch einen Stroh. und ein Silage. Und dann haben wir eigentlich die perfekte Mischung fertig. Was heißt eigentlich? Das ist sie dann. Ist ja mit Ballen und diesem Anhänger ist es ja hier doch ein recht einfaches Arbeiten, möchte ich mal sagen. Zack. So, jetzt müssen wir draußen noch einen Silageballen holen. Also hier bin ich echt mal gespannt, wie viel ich an Futter brauche über den Winter. Weil Silage habe ich doch reichlich da. Ich habe hier noch abgedeckte ja und Ballen haben wir ja auch zwei volle Ladungen hier. Also rein hypothetisch denke ich könnte man vielleicht sogar noch was verkaufen. Aber das werde ich auf keinen Fall jetzt zu Anfang des Winters tun. Weil am Ende fehlt es mir dann vielleicht noch. Aber vielleicht dann zum Frühjahr hin wenn wir wieder das erste Gras mähen können. habe ich mir überlegt könnte man vielleicht wenn der Preis gut ist mit der Silage noch ein bisschen Geld verdienen. Und Geld brauche ich auf jeden Fall noch für Landkauf. so so ich denke den Frontlader den werden wir jetzt komplett hier abmontieren den brauche ich nicht, weil ich will dann noch die Anhänger ankoppeln und ja, was verkaufen fahren und zwar, ich habe ja gesagt, ich wollte versuchen mich an den Seasonsplaner zu halten ob das wirklich aufgeht weiß ich nicht und dann verkaufen, wenn der Seasonsplaner mir den höchsten Balken anzeigt und das ist im Moment heute, für diesen Wintertag für den ersten, beim Rapsterfall und der ist bei knapp 1300 für 1000 Liter das finde ich, ist auch ein sehr, sehr ordentlicher Preis ob das mit den anderen Fruchtarten dann auch so funktioniert keine Ahnung so, und da wir jetzt einmal die Abkippseite auf rechts gestellt haben werden wir auch gleich so rum hier reinfahren und da sollte das ganz gut funzen mal sehen wie viel sie nehmen Puh, die nehmen wohl fast alles, oder? okay aber dafür ist es auch grün passt und jetzt sind wir bei 78% Gesundheit ist das gut, ist das schlecht? keine Ahnung ja, und hier nochmal Raps, wie gesagt heute der höchste Preis theoretisch und praktisch ähm 1232 bei der Getreide AG und 1242 bei Hage ja, Hage ist im Prinzip quasi ums Eck kann ich sagen und die Getreide AG ja, da müsste man halt ein ganzes Stück fahren oh ja, und das die vierte Zahl und ne, die dritte Zahl nach dem Komma macht auch noch irgendwas aus von daher denke ich werden wir zur Hage fahren und werden das dort verkaufen so, ich denke Licht können wir jetzt mal ausmachen jetzt ist es doch mittlerweile ist es 11 Uhr und ja, jetzt wird es auch langsam hell also hänge ich mir jetzt mal noch die HW80 an die hätte ich ja ganz gern im Winter auch noch irgendwo untergestellt entweder im Stall ich muss mal gucken wo noch Platz ist wo ich die jetzt vielleicht gleich als Zug so irgendwo drunter ziehen könnte so also ab ins Hofsilo und Rapsladen und Rapsladen ich hoffe ich denke ich wünsche dass ich hier jetzt gut reinkomme aber ich denke das passt schon muss es muss so das Entnahmerohr ist ungefähr in der Mitte ich sehe nix das ist aber gar nicht bis runter animiert sehe ich gerade also der Strahl hört irgendwo auf der Hälfte in der Luft auf so machen wir hier zu und jetzt müssen wir hier noch rum zirgeln ok das passt ja und dann fahren wir jetzt zur Hage klar nehmen wir die vordere Ausfahrt da haben wir es noch ein Stück kürzer und dann gucken wir mal was uns der Raps bringt bei der Gerste wo ich natürlich das meiste habe dort muss ich wirklich richtig gut aufpassen dass ich da den Toppreis erwische kommt noch einer und hier wieder einer na super ist irgendwie gerade Rush Hour hier in Rade und noch einer na toll so aber jetzt da ganz schön zu kämpfen hier der Kleine aber die Vierzylinder die schlagen sich wacker so lieber mal schon ein bisschen bremsen ich denke die Anhänger die schieben auch ganz ordentlich oh ja oh ja oh ja oh ja ja du brauchst nicht hupen ich muss jetzt erstmal hier den Verkehr abwarten bei ein bisschen ausholen muss ich ja schon auch wenn die Drehschemel gut nachlaufen so und hier müssen wir auch wieder etwas ausholen jetzt weiß ich gar nicht wo wir es abgeben müssen aber ich glaube hier auf der linken Seite an dem Gebäude an der Rückseite weil das ist bloß zum kaufen hier genau hier sieht es gut aus halt nicht so weit gut dann gucken wir mal auf den Kontostand 209.767 mal sehen was es uns in die Kasse spült naja komm zieh 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 250 hätte ich gern jawohl hat geklappt fast 260.000 48 hat der ganze Zug gebracht das ist natürlich schon mal nicht schlecht jeder Euro den ich hier verdienen kann mit dem Verkauf geht ja in Landkauf und jeden Euro den ich hier so machen kann den brauche ich nicht bei der Bank mir leihen muss natürlich auch immer wieder bedenken wir können nur jetzt verkaufen im Frühjahr dann sieht es schlecht aus und ich muss dann irgendwann auch wieder Maschinen anmieten gerade Drescher und so sowas werde ich mir nicht kaufen oh sorry 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 sowas werde ich mir nicht kaufen den werde ich mir wieder mieten das hat ja in der jetzigen Saison recht gut geklappt und das werde ich auch wieder so machen wollen aber dafür müssen wir halt immer noch ein finanzielles Polster lassen Aufträge können wir auf jeden Fall machen also das darf ich nicht aus den Augen verlieren so na gut das hat soweit erstmal ganz gut geklappt Plan ist aufgegangen und ja schauen wir mal wie sich die ganze Sache weiterentwickelt für heute würde ich sagen lasst wir es gut sein ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst doch gerne ein Däumchen da und noch einen schönen Kommentar dazu freue ich mich auch immer sehr drüber und beantworte die natürlich auch immer alle und auch sehr gerne so hier machen wir jetzt noch die Planen zu Motor aus und damit sage ich tschüss bis zum nächsten Mal